ja liebe leute damit willkommen zu einem neuen abenteuer hier auf dem kanal wir sind auf der northern lions electric route unterwegs und fahren von blackpool north richtung eigentlich hassle groove aber so weit kommen wir erst gar nicht und ja wir müssen ein service übernehmen ich mache da mal ganz kurz pause nicht dass er gerade weitergeht der leider ein defekt hatte aber die fahrt ist was besonderes es geht weniger um die fahrt selber als wie das tool was ich vorstellen möchte und zwar der rw enhancer 2 teiler und andere kennt ihn vielleicht schon in der ersten fassung das war vor allem ein tool um die grafik im spiel zu verbessern jetzt ist die version 2 rausgekommen und die kann noch einiges mehr und da sind ziemlich ziemlich coole features mit dabei und ich bin jetzt schon absoluter fan und will es euch heute mal zum teil vorstellen bevor es soweit ist wenn wir hier erstmal unsere triebwagen aufrüsten und dazu wenn wir ganz kurz aus der pause wieder rausgehen und sagen hier beim rw enhancer beginn service ihr seht schon ganz neues interface ich werde mal das alte ganz kurz hoch bringen einfach nur um hier das cap zu wechseln aber hier mal schlüssel rein gehen auf neutral abs bestätigen motor ist gestartet kompressor speed up und die taillights machen wir hier aus damit wir hier druck auf der leitung kriegen schauen wir ganz kurz in die lichter passt ja gut wir müssen jetzt bis 27 warten das passt ganz gut denn da können wir erst mal auf das interface hier eingehen das ist natürlich offensichtlich schon mal neu das kann man per drag and drop verändern so wie man es braucht genau wie hier die anzeige die transparenz lässt sich einstellen man kann sich auch hier die geschwindigkeitstafeln ein und ausblenden lassen die passen sich auch optisch an je nachdem in welchem land man ist und dann hat jetzt hier oben dieses neue menü einerseits gibt es hier radio da kann man quasi mit dem stellwerk oder mit fahrdienstleiter reden also zum beispiel ready for service man kann es machen und sagt er ja du musst aber wir machen es einfach mal ready for service hallo verstanden sie müssen vier fahrgastaufenthalte absolvieren voraussichtliche ankunft am zielort um 7 uhr und 49 minuten uhr guten tag und guten service das ist so kacke klingt kann man einstellen ähm und natürlich passing ahead also at danger cancel next stop könnte man auch machen dann sagt er ja okay dann kannst du vielleicht weiterfahren oder doch nicht äh dann haben wir hier statistiken da sieht man jetzt nicht sehr viel aber da könnte man sich anschauen wie man gefahren ist ungefähr das gleiche wie bei trends im world nach der aufgaben und weg und natürlich die aufgabe selber das kann man sich bei drag and drop hinsehen wenn man es braucht sieht man die übersicht nochmal wo man überhaupt erhalten muss man kann das dann minimieren kann das da oben so bleiben und dann die haupteinstellungen und da wird das interessant einerseits ähm gibt es jetzt das passagier informationssystem passagier information system das läuft dynamisch mit das gleiche auch wie äh bei bahnhöfen die ansagen und das geht mit jedem szenario absolut jedem denn der rw enhancer 2 weiß welche strecke du fahrst äh wie der in zug heißt wo du überhalten musst entsprechend dynamisch macht er die ansagen also in jedem szenario hast du jetzt ansagen drin die du auch anpassen kannst du kannst den shingle ändern wenn du zum beispiel sagst du ja in england da möchte ich den shingle drin haben wenn ich in deutschland bin dann will ich den dbgong drin haben äh bei der übb möchte jetzt aber die schweizer ähm dreiklang drin haben alles des geht und da kannst du natürlich die sprache einstellen bei mir ist es so eingestellt dass die ansagen automatisch in englisch sind wenn wir in england unterwegs sind und deutsch natürlich in deutschland etc du kannst es aber auch entfusen dass man sagt okay ich will auch in england deutsche ansagen haben mit nächster halt und so weiter und das zieht er sicher dass die aufgaben raus und das funktioniert auch im quick drive was ziemlich cool ist und äh er macht die ansagen also macht da wieder so special ansagen mit ja bitte äh schauen dass das ganze gepäck mit dabei ist auch wenn es da verboten ähm die bahnhofsansagen sind dynamisch je nachdem wie du reinfährst und sogar wenn du verspätung hast sagt er das dann bei der ansage an hey bitte uns äh tut uns leid dass wir eine verspätung haben etc ähm das werden wir eventuell bei dem service hier auch hören denn die letzte station werden wir mit ziemlicher sicherheit verspätet ankommen also ich bin das ganze einmal schon gefahren um das ganze zu testen und da werdet ihr das hören und äh ja okay wir müssen hier noch schauen dass alles richtig eingestellt ist das ist unser service ansonsten passt es okay kompressor speedup können wir eigentlich auch wieder abdrehen DRA aus und dann einmal nach vorne los geht's ich hätte noch gern ahja das war jetzt schon das nächste was ihr gerade gehört habt ähm es gibt jetzt erweiterte soundeffekte audio die ich muss jetzt schon passen dass ich nicht zu schnell werde man kann sich jetzt ähm zusätzliche toneffekte auf das Szenario mit reinlegen das wird das ganze knarzen was ihr jetzt gerade hört das ist alles extra das kommt nicht von TS2022 das kommt von dem Erwin Hanson ihr seht da gerade die ganzen Effekte die man anmachen kann und die meisten habe ich davon jetzt auch an es gibt das ist ein chair squeak da knarzt der Sessel immer wieder mal das finde ich nervig brake friction gefällt mir noch nicht und ansonsten halt Windeffekte spezielle Regeneffekte wenn man draußen ist je nachdem wie das Wetter ist ähm so Windgeräusche passende und es gibt so ein Diesel Engine Layer also das ist ein spezieller Diesel Sound ich mach den mal kurz rein das ist aber so amerikanisch angekauft und der würde sich auch dynamisch ändern je nachdem wie man dann fährt das gleiche gibt es auch für elektrisch und da kann man sich dann auch hier die Lautstärken anpassen und ja je nach der die Hard Einstellung kann man sich die Farben ändern und was alles anzeigen soll so viel mehr zu dem das war jetzt zum Beispiel so eine Ansage die vom Airway Enhancer gekommen ist die macht halt dynamisch hier so die Bahnhofsaussagen das wäre sonst nicht zu hören im Spiel und während der Fahrt werde ich mir diese Zusatz Audio Effekte ausmachen damit ihr den Unterschied hört wie es im TS Original wäre und wie es halt mit dem Enhancer ist so wir fahren bis da vorne rein ich muss sagen ich feiere das so vor allem dass man äh es gibt auch noch so einen eigenen Quick Drive Builder kann man sich die Strecke und den Zug auswählen und dann kann man nur sagen echtes Wetter ähm mit äh echter Uhrzeit etc und dann kann man sagen ich möchte bei den und denen Station anhalten und dann baut er einen quasi das Quick Drive zusammen startet den TS 2022 und dann kannst du es so fahren und entsprechend sind dann auch die Ansagen eingestellt das ist super sexy jetzt wird der eine oder andere natürlich die Frage haben ja ok aber was ist mit Szenarien die schon mit einer Ansage kommen das ist gar kein Problem denn man kann das ganze P-System äh einfach abschalten da geht man dann hier unter General na Gameplay rein macht die Haken weg ja eben man macht es dann einfach aus und dann kommt es nicht mehr na man kann es die Lichter überprüfen ob die hinten na hinten sind sie falsch äh jetzt sind sie richtig so was wir jetzt noch brauchen ist hier äh 0, 1, 2, 4 müsste Preston sein yes ok jetzt müsste da draußen Preston stehen genau weil unseren Aufgabensheet ist der letzte Halt Preston um 7,49 sollte man theoretisch ankommen ok habe ich jetzt hier drin irgendwas vergessen nee DRA können wir ausmachen wir haben gelb und das alte Interface schalte ich jetzt auch wieder aus brauche ich nicht ja links oben würde man noch sehen äh ob ABS gottriggered ist DRA Parkbremse äh ob die Vipers ansehen ich mache es jetzt mal ganz kurz seht ihr das ist so eine Anzeige äh DRA wird wieder ausgehen wenn ich das anmache ich glaube das ist noch ein Bug sollte eigentlich umgekehrt sein also ABS ist jetzt in dem Fall richtig weil es getriggered ist aber das DRA ist aus ja ähm dann gibt es noch Effekte im Passagierraum gehen wir da mal rein seht ihr die Leute reden dynamisch man hat äh Rattle-Geräusche äh Ein-Ausstiegs-Geräusche sind simuliert wenn man das äh sagt das nervt einen kann ich das einfach ausmachen hier weiter unten hopp weg ist das waren noch die Boring-Sounds sonst mache ich hier wieder was an okay das mal zu dem ähm für YouTuber ist es noch ganz cool man kann TS 2022 aufnehmen ohne dieses Interface also ich kann das spielen ich sehe es aber ihr es jetzt nicht ich kann es mal kurz ausblätten für alle hu ich sehe es jetzt noch aber ihr nicht nur so als kleines Ding das ist dann natürlich für äh schön Fahrten etc ganz praktisch so wieder da und ich liebe dieses neue Interface ähm der reagiert auch auf Fehler wenn ich jetzt einfach losfahren würde dann sagt er hey Moment mal du bist ja losgefahren und äh Türen waren noch offen gibt keinen Punkt äh er schreibt das dann auch immer hier rein äh bei den Details was du vielleicht falsch gemacht hast ähm es gibt auch noch so Cheat-Funktionen zum Beispiel mit Auto-AWS acknowledge bin mir gar nicht sicher ob man das hier drin ja äh rektive wafer delayed york service timings und hat delayed timings ok wir dürfen abfahren und dann düsen wir auch mal ja ein bisschen zu viel Schmack ist aber ich finde es so cool dass es dynamisch ist dass er das mit der Plattform erkennt wo man steht wo man abfahrt also einem Deutschen sagt er dann was er sieht Zug ist kurz vor der Abfahrt bitte Abstand halten es macht das Ganze halt einfach viel realistischer und auch das da unten ne die Anzeige mit den Geschwindigkeiten das nächste Schmack das lässt sich ausblenden wenn man sagt man will es nicht haben auch wenn die Transparenz kannst du einstellen ging auch im Originalmenü schon und ja jetzt düsen wir mal ach ja das grüne was ihr da beim Tacho seht das sind die Beschleunigungswerte also inwiefern man schneller wird mit welcher Rate oder ob man langsamer wird also ihr seht wir werden jetzt minimast schneller wenn wir jetzt in der Einstellung weiterfahren und die Anzeige hier rechts mit Beschleunigung also je nachdem wie du den Lever eingestellt hast passt sich automatisch an je nach Fahrzeug und Bremsen die man hat und ganz unten die Steigung ist ein Gefälle so jetzt ist ABS weg aber die RA zeigt halt noch an ich gehe mal vor Schmackes ah ne jetzt ist es zu viel Schmackes nächster halb die Leiten um 7.29 soll man da sein das schafft man schon mal nicht und nach Leiten werde ich mal dieses extra Soundeffekt eben mal abschalten damit ihr da den Unterschied hört von den coolen neuen Sounds was wir jetzt haben ich würde auch empfehlen dass ihr die Sounds dynamisch ein und aus macht oder zumindest gewisse Effekte ein und abschaltet je nachdem mit was für einer Lok ihr unterwegs seid damit das einfach für euch passt oder auch je nach Strecke wenn ihr sagt okay diese Checkgeläusche will ich nicht bei einer Hochmaterian Strecke dann klar macht ihr das einfach aus und wenn ihr sagt ja jetzt bin ich auf einer schlechten Strecke ich möchte es wieder anhaben dann klar macht ihr es an so und aber jetzt nicht gut angehalten das kommt davon wenn ich nur am Erzählen bin auch dieser Gong der kommt wenn die Türen offen sind lässt sich abschalten inklusive das Pfeifen bei der Abfahrt das kommt nämlich auch von dem wir hätten jetzt zwar die Freigabe gekriegt aber jetzt warten wir noch auf Nervien haben sie gesagt wir dürfen fahren Plattform 1 warum fährst du jetzt nicht was los mit dir ah jetzt wo noch ein bisschen ein bisschen delayed ja da ist ein geilen diesel sound wenn wir dann also ein bisschen auf Speed sind machen wir das mit die Soundeffekte die Soundeffekte Und jetzt werde ich mal die Soundeffekte vom Airway Enhancer abstellen und dann hört es hier quasi die S2022, wie es im Original wäre. So war es im Original. Nein, warum hast du mir jetzt so eine Zangsbremsung gegeben? Ich habe doch gedrückt. Naja, und jetzt tun wir den Airway Enhancer wieder rein. Mann! So ein... Okay, war natürlich klar, dass ich mindestens einen Fail kriege. Wobei, der ist unfair. Ich habe es gedrückt. Ja. Okay, ist wie es ist. Dann kriegen wir halt noch mehr Verspätung. Ja, und entsprechend... Draußen hat es dann halt auch angepasste Effekte. Die werden wir aber eher hören, wenn der Zug wieder schneller wird. Wie ist der Triebwagen? So. Ich weiß nicht, ob die Verspätung jetzt schon reicht, dass er bei Pultenlay feilt. Schon sagt, wir sind zu spät. Jetzt ist es da sein. So. Dann werde ich jetzt auch mal draußen die... Na, als erstes mal kurz das ABS abwarten. Draußen die Effekte vom Airway Enhancer mal abstellen. So. Jetzt ist es im Originalton. Und jetzt dann wieder mit. Ich bin zu schnell. Jetzt ist es ein bisschen ein blöds Beispiel. Mit den Armstrong Powerhouse Vehicles. Weil die haben schon ein sehr gutes Audiobad. Aber... Auch da, muss ich sagen, unterstützt ganz gut. Und das ist das Signalmusik, wenn es defekt ist. Deswegen habe ich jetzt da gerade schon angefragt. Zum Weiterfahren. Jetzt haben wir schon zwei Minuten Verspätung. Ich bin mir nicht sicher, ab wann er das mit der Verspätung ansagt. Vermutlich vier Minuten. Da dürfen wir dann da vorne ein bisschen schneller fahren. Da werden wir auch draußen noch... Entsprechend... Bis so, die Effekte hören. Oder da. Jetzt gehen wir mal hier nochmal rein. Was ich jetzt mal... Was ich jetzt damit anmachen werde, ist das Medium Speed Airflow und Braking Friction. Das sind so zwei Sachen, die mir persönlich noch nicht gefallen von den Effekten her. Oder es passt hier nicht so. Aber nur damit ihr es dann mal gehört habt, wie sich das anhört. Ich mache es mal rein. Und abfahrt. Das ganze Overlay ist nicht im Spiel selber technisch gesehen, sondern das ist auf dem Spiel drauf projiziert. Gleich wie es der Railroads Online Extended macht, die Mod für Railroads Online. Nur, dass es hier nicht als steht, erkannt wird, sondern eher über die APIs, über TS233, ganz offiziell quasi spricht. Und... Na, Maximum Schmackes war jetzt zu viel. Aber ihr hört es ja schon leicht. Jetzt kommt dieses Fahrtgeräusch daher. Das gleiche haben wir auch draußen. Ich glaube hier hat man es ein bisschen am ehesten, wenn man so weg ist von dem Auspuff. Ich mache es mal kurz weg als Referenz, damit es raushört. Aus. Und wieder an. Das passt halt nur bei bestimmten Loks, finde ich. So, wir können mal ein bisschen schneller fahren. Also bei Tiercam, glaube ich, würde vielleicht eine Verspätung ansagen. Okay. Also ich mache es jetzt wieder aus, weil ich finde, es passt jetzt nicht ganz so. Die anderen Geräusche sind okay. Aber wir können auch da mal ein bisschen durchspielen. Äh, zum Beispiel dieses Track Joins. Jetzt habe ich das nicht mehr. Ich mache es jetzt wieder rein, weil ich finde, da passt es ganz gut. Das gleiche mit Curve Friction, ähm, Capital Rattling. Und ich habe halt alles ein und Mausrohr und Train Frames Queek. Das ist dann voll in den Kurven was. Oder wenn man halt über, äh, bei Weichen, äh, den Wechsel macht. Ziemlich cooler Scheiß. Aber wie gesagt, das wichtigste oder der tollste Feature von dem Ganzen ist halt wirklich das, äh, Passage Information System. Was mit jedem Szenario oder jedem Quick-Drive-Szenario funktioniert. Und ich werde euch in einem eigenen Video das quasi Admin-Interface von dem Airway Enhancer noch mal zeigen. Wo man quasi den TS-2022 vorbereitet. Also man muss das immer vorher starten, bevor das eigentliche Spiel gestartet wird. Da wählt man dann auch das Szenario aus, was man fahren will. Hat dann noch Details und dann startet man der Simulator selber. Hier kann ich mal von der Leistung hier runtergehen. Plus, minus. So, eine Stufe nach oben. Und in knapp vier Meilen sind wir bei unserem nächsten Halt. So, und bis soweit ist, lasse ich euch mal genießen. Ihr könnt nochmal die Sound-Effekte zuhören. Ich werde es ab und zu mal, äh, ein- und ausschalten. Ja, kommt dann gleich wieder zu euch. 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 So, jetzt habt ihr auch mal die Bremssounds gehört. Finde ich, meh. Wenn ich nachher wieder abrupt auf, also da brauchst du ein bisschen Feintuning oder einen anderen Effekt. Ich mach das jetzt gerade wieder aus. Der Rest ist okay, aber, nee. So, Einfahrt. Warum bescheinigst du nicht? Was ich noch vergessen habe zu sagen ist, er reagiert auf dem, wie du fährst. Bzw. wenn du jetzt einfach mal stehen bleiben würdest, dann macht er eine Ansage mit, ah ja, unser Zug ist jetzt wieder angekalt worden, bitte versucht es nicht irgendwie rauszugehen und solche Blödsinn. Das ist schon ziemlich cool. Okay, komm. On time. Und dann hebt man das jetzt auch mal geschehen. Und dann gehen wir nach draußen. Ah, wollen aber nicht sehr viele Leute mitfahren da mit uns. Ich bin ein guter Lokführer, ich verspreche es. Ah, schöne Sonneneffekte hier. So im Mogen. Und ich denke, das war eh der letzte halt. Genau, dann ist es schon Preston. Und da... Wollen wir mal schauen, dass wir eine Verspätung verursachen. Next stop Preston. Plattform 3. Train number 1269 Departure to Preston at 746 is imminent. Please stand out of the doors. Na komm, lass mich jetzt fahren. Bin mir nicht sicher, warum er das jetzt... ...ganz so synkt jetzt hier. Mit der Abfahrt. Bei den anderen Szenarien hat es recht gut gesüngt. Hier macht das jetzt irgendwie nicht ganz. Der dreht so schnell durch. Die Klaas 156 ist echt schlimm zum Fahren, wenn es regnerisch ist. Oder wenn du hier Winter hast. Da ist jetzt... ...wirklich langsam anfahren angesagt. Gut. Also, bis Preston werde ich jetzt erstmal eine Klappe halten. Ich werde mal die unterschiedlichen Kameraperspektiven nochmal durchgehen. Und schalt für euch immer wieder den Airway Enhancer an und aus. Wir sind ja gleich mal da im Preston. Dann habt ihr so ein Feeling, wie das so ist. Und ja, schreibt es mir dann unbedingt in den Kommentar rein, was ihr davon hält. Von dem, was ihr da bis jetzt gesehen habt. Und ob ihr euch überlegt, den auch mal zu holen. Den Link gibt es in der Videobeschreibung. Wo ihr den kaufen könnt. Kostet ungefähr 20 Dollar. Und ja, dann schauen wir mal, dass wir bewusst mit einer Verspätung aber bei 749, die Verspätung haben wir schon. Ja, dass ich da erstmal halbwegs gut ankomme. Und ja, dann probiere ich doch mal, dass ich das Ganze her. Und das Ganze in der Videobeschreibung. Oh Gott, der wird... Der ist da, wo ich in der Videobeschreibung. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des 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 ZDF, 2020 Ach nicht, mal sehen, vielleicht haben wir Glück. 5 Minuten. Fangen wir mal, was hat er denn jetzt mit den Frames? So, jetzt müsste eigentlich jeden Moment die Anzeige kommen. In ein paar Momenten, unser Train wird auf Preston, unser Terminus Station. Bitte, dass Sie nichts auf dem Train nicht vergessen haben. Wie ist es? Das ist so cool. Im Forum habe ich auch schon mal ein bisschen durchgelesen, was so zukünftig kommen soll. Es soll in den zukünftigen Versionen auch anpassbar sein, was das so für Ansagen sind oder in welchem Style die gesagt werden sollen. Das ist dann ziemlich cool. Da kannst du dann je nach Land nochmal ein bisschen anpassen, dass es halt noch authentischer ist. So, dann sind wir auch schon in Preston. Unser Endhaltestelle. Ja, also lasst auf alle Fälle einen Kommentar da, wie es euch gefallen hat. Oder vielleicht ein Like. Und wenn ihr wollt, kommt auf unseren Discord-Server. Da gratis ich gern mit euch. Spiel doch zusammen. Und ja. Sagt mir doch, was ihr als nächstes gerne sehen wollt. Hier auf dem Kanal. Bis dahin. Ich sage erstmal Ciao. Und ihr könnt jedes Anhalten noch beobachten. Und den entsprechenden Anzeigen. Chicken. 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 Ouved. Chicken. Hier leuritchener St purchased manin. Welcome to Preston, terminus of this train. Please make sure you haven't forgotten anything on the train. We wish you a nice day. We remind you that it is forbidden to smoke inside the station. Thank you for your understanding. Thank you.